Ha, da seid ihr ja wieder neugierig, was heute hinterm Kläppchen ist. Nie war warten aufs Christkind so schön. Der rotarische Weihnachtskalender aus Emstetten, der Hammer. Und Klappe, die nächste. Ein dreaming of the knusprige Weihnachtsgans. Ja, hallo Freunde und liebe Freunde der Rotarier in Emstetten. Ich freue mich, dass ich mich hier auch in den Adventskalender reinmogeln konnte. Also keine Angst, es gibt jetzt keinen Elvis-Eifel-Anruf. Sondern es gibt das heutige Türchen von mir. Und das ist hier drin. Das sind Apple Airpops. Die sind sogar noch drin, ich habe es ja nicht rausgeklaut. Und ja, das ist heute drin in Türchen. Und ihr seid natürlich jetzt aufgerufen zu spenden, mitzumachen. Holt euch diese Dinger. Und ja, dann könnt ihr damit ganz entspannt überall die Dinge ins Ohr. Schön Radio hören und könnt hören, wie ich die Leute verarsche. Und hoffen, dass ich euch nie erwische. Frohe Weihnachten wünscht euer Elvis-Eifel. Also, mitmachen und dabei sein und mit etwas Glück einen der 24 tollen Preise gewinnen. Einfach auf unser rotarisches Treuhankonto überweisen und sie sind dabei. Und das Gute, 100% der Spenden kommen an. Zum einen für unser Hospiz Haus Hanna in Emstetten und zum zweiten für unser Mokuru-Projekt in Afrika. Gutes tun, dabei sein, die Welt ein bisschen besser machen. Danke.